Wir sind zurück bei Mario Plus Rebels Kingdom Battle Ah, die Ultis kommen endlich! Ja man! Der Heldenbrief! Und die beiden verschiedenen Schutzschilder Schaden, also Wachenschaden Und super! Der Papier David Luigi! Ja! Also David Peach kann sich vor Wachenschaden ein bisschen schützen Und David Luigi kann sich vor den Super-Effekten schützen Ja! Gut, Willkommen im Dschungel Wir gehen jetzt in die Kampfzentrale und holen uns neue Waffen Was haben wir hier auf uns? Wir haben Zingy, wir haben Zingy, wir haben Zingy Und ein Hoppser Okay, Kampfzentrale Ähm, nein! Ja! Für Mario! Ja! Wir haben die Zingy Weitere Wir haben die Zingy Bounce Bounce Mit 30% Chance auf Also 30% Chance gegen Zingy Oder wir nehmen das mit Honig in 20% gegen Zingy Nee, lassen wir doch mal. Ich machte eigentlich genau so viel Schaden wie die anderen Waffen davor. Und die Anfangs war vielleicht auch. Und vielleicht alle vielleicht viel Schaden. Das heißt, wir schicken Mario nach vorne. Dann. Und gleich mal den Fehler gemacht. Und da haben wir gleich mal den Fehler gemacht. Das war 1 Weltzug, 2 vorne. Also 4. Ja, danke. Dann können wir wieder hopsen. Und weiter. Ja. Stämme aus. So. Dann. Als nächstes mit... Ja, jetzt zieht. Auf genau andere Weise von den Tiefen. Und damit jetzt noch den Schmall raus. Okay, den Bounce ist nochmal rausgekriegt. Und wir aktivieren. Okay, die Sicht. Und er ist nah. stack,stack.stack.stack.stack,stack.stack.stack. Das war's für heute. Oh ne, ich komme da schon wieder nicht vor. Ja, kacke. Oh, die zwei Runden kann man vergessen. Das ist doch schon mehr. Wo musst du jetzt zu dir her, Mark? Oh, die drei von vier. Okay. 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 Ich kann leider keine Wirre erreichen. Das ist halt... Ich kann ja nichts anderes tun. Aktivieren. Ich kann ja nichts tun. Ich kann ja nichts tun. Ich kann ja nichts tun. Ich schaue mich immer auf sie! Oh, nicht mich. Jetzt wird gerade Pitch sterben. Ja. Nicht ganz. Ich muss aber zurückziehen. Ja. Oh, 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 oh! Ich nehme das an. Ich nehme das Handy. Ich nehme das Handy. Ich nehme das, es geht nicht. Ich nehme das Handy. Was ist das? ach der eine lebt noch verdammter ja 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 Das ist wohl auch noch ein Zug. Oh, der verpisst sich nach hinten, der kleine Pilzer. Das gleiche Spiel kann... Dein Ernst, Rabbid Luigi? Mario 2, was er mit ihm so vermasselt hat. 4 von 5, immerhin. Bis zum nächsten Mal, ciao! Erica? Ciao!